Die Vitalwelt Hausruck News Herr Feitzlmeier, der Christkirchner Pferdemarkt ist einer der Höhepunkte der Veranstaltungen rund um das Pferd in der Vitalwelt Hausruck. Zum wievielten Mal findet der Pferdemarkt in Christkirchen heuer statt? Heuer zum 19. Mal in Christkirchen, am Freitag, den 10. Mai und wir haben ein tolles Programm zusammengestellt. Warum haben Pferde gerade in Christkirchen Tradition? Ja, Pferde in Christkirchen haben insofern Tradition, weil ja dieser Pferdemarkt ja vor 30, 40 Jahren in Christkirchen beheimatet war und das eben eine dauernde Veranstaltung gewesen ist. Darum heißt er auch in Christkirchen ein Teil der Stadt Rossmarkt und die Christkirchener Kaufmannschaft hat eben vor 19 Jahren diesen Pferdemarkt wieder ins Leben gerufen. Also ist die Christkirchener Kaufmannschaft der Veranstalter? Früher, die Vorgänger von Hans Blätterbinder und mir und Ode Aigner und wie sie alle heißen mögen, haben die Leute aus der Wirtschaft diesen Pferdemarkt veranstaltet und das hat sich dann fortgesetzt und heuer ist es der 19. Pferdemarkt. Wie viele Teilnehmer erwarten Sie für heuer? Wenn Sie von den Pferden sprechen, erwarten wir hoffentlich ca. 100, 120 Anmeldungen. Das können auch mehrere Pferde sein natürlich. Und wenn Sie das Publikum meinen, wenn das Wetter mitspielt, werden wir ca. 3.000 bis 3.500 Besucher schon sehen können. Wie sieht das Programm des Christkirchener Pferdemarkts bzw. das Rahmenprogramm heuer aus? Ja, das Programm, diesmal haben wir dieses Programm etwas abgeändert. Um 11 Uhr beginnt die Pferdeschau mit der Bewertung der einzelnen Pferde am oberen Stadtplatz in Christkirchen. Um 12 Uhr gibt es ein tolles Programm am Kirchenplatz, der neu gestaltet wurde und schön hergerichtet wurde. Unter anderem mit den Pichler Vollgasplattern und anderen Künstlern, Zauberern, Jonglern und so weiter und so fort. Und um 16 Uhr findet dann dieser Festzug statt, an dem aber nicht nur die Pferde teilnehmen aus dem Innenhausrückviertel. Es kommen auch einige aus dem bayerischen Raum. Es sind aber auch wieder schöne Kutschen, wir nennen sie Kutschen des Landes dabei und andere Attraktionen. Und da gibt es diesen tollen Festzug, der um 16 Uhr heuer stattfinden wird. Und dann ein tolles Programm mit Musik, und zwar Big Ben Sound der 40er und 50er Jahre und Schlager Oldies und Evergreens bis in die Abendstunden. Der Christkirchener Pferdemarkt ist ja mittlerweile eine sehr bekannte Veranstaltung in der gesamten Region. Lockt er auch Besucher von außerhalb nach Christkirchen? Gott sei Dank gibt es diese Einrichtung Vitalwelt Hausrück. Wir sind also nicht nur im Bereich und im Wirkungsbereich der Vitalwelt Hausrück bekannt. Es kommen auch Leute aus dem weiteren Innenviertel. Es werden auch Leute kommen vielleicht aus Bayern, aus dem Linzer Raum, Welser Raum, soweit es möglich ist. Aber ich bin überzeugt und guter Hoffnung, dass aber auch außerhalb dieser Region Teilnehmer kommen werden. Dann wünsche ich Ihnen viele Besucher, viele Teilnehmer und schönes Wetter für den 10. Mai. Dankeschön. Die Vitalwelt Hausrück News